So, ich probiere mal 30€ auf der Jackomero Deluxe 2 auf 1€ mit 5 Linien. Mal schauen ob vielleicht was kommt. Das wäre natürlich jetzt super gewesen. Leider nicht. Wow. Mariam. Meinst du? Das war jetzt direkt der Einstieg. Auf gehts. Mal schauen was passiert. Mal schauen was passiert. Mal schauen was passiert. Drei. Drei. Oh Einer, ja. Genau 50 Euro. Wird ja ruhig nochmal reingehen dürfen. Oh, nochmal. Maria. Das muss ich nur mal ganz schnell machen. Ganz schön. Los geht's. Ach, schade. Ich dachte, der verlängert direkt. Ne. Ne. Eine Verlängerung wäre... Jawohl, da ist er. Schade, ne? Ein tiefer wären 8 AGs gewesen. Weil er zählt ja auch in den Spielen. Ja, aber ist erstmal egal. Ja. 10, na gut, vielleicht verlängert er ja nochmal. Ja, wer weiß. Ja. 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 3er geben kann. Schade. Ja, schade. Tja, jetzt ist die Frage, macht der noch was? Oh, da kommt nix mehr. Oh, dann mit dem Bild, das wären 150 gewesen. Oh, da kommt nix mehr. Oh, da kommt nix mehr. Oh, da kommt nix mehr. Ah, zieht auf jeden Fall wieder gut runter. Ja, ich glaube es wird Zeit für nen Spielwechsel. Ich probier mal ein paar Runden Triple Flame. Vielleicht kommt hier noch was. Oh, da kommt nix. Oh, da kommt nix mehr. 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 Na komm, jetzt hol mal hier was raus am besten. Komm, mach mal hier ein paar Flämmchen oder sowas. Hauptsache es kommt mal irgendwas. Ich muss grad mal ein bisschen den Hintergrund übertönen. so. Ja, ich glaube aber ich hole dann jetzt 200 auf jeden Fall raus. Ich will jetzt nicht alles hier wieder weglaufen lassen. Hier kommt ja echt gar nix bei dem Spiel. Das ist ja eine Katastrophe. Das ist ja echt eine Katastrophe. Sorry. Ja, ich glaube ich hole jetzt was raus hier. Naja, ich muss grad mal ein bisschen quatschen einfach. Ja, da habe ich ja mal nix ein bisschen Glück gehabt jetzt. Aber hier, boah, das zieht ja gnadenlos noch runter hier. Einfach gnadenlos, ohne dass hier überhaupt mal irgendwas kommt. Das ist ja Wahnsinn. Er kommt ja nicht mehr. Oh, ein 4 Euro Blöden nach der langen Zeit. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja echt der Wahnsinn, ey. Ach ja. Fangen wir an raus zu holen. Besser ist es, weil so wie der jetzt läuft. Da kommt ja gar nix mehr hin. Kommt ja nicht einmal dieses Triple Flame. Ja doch, einmal hatten wir es. Aber das ist aber auch nicht lachen immer das Triple Flame. Aber jetzt kommt ja echt gar nix mehr hin. Aber jetzt kommt ja echt gar nix mehr hin. Ich hatte gedacht, dass man vielleicht mit so einem Spiel nochmal was reißen kann. Aber da lag ich wohl falsch. Schade. Ähm, jo. Eins, nochmal zwei. Ich muss grad mal einfach ein bisschen quatschen. Und ach, was für ein Bild. Das hätte mal 40 Euro sein dürfen. Ähm, nach einem Tag. Ich muss ja mal 10 Euro lassen. Wachen sie. Wie ist das denn? Was machen sie? So, Okay, ja, die hole ich raus. Bis später.